Juhu! Morgen! Hallo, ihr schönen Menschen! Hallo, du schöner Mensch! Zuhause! Endlich, hallo! Schön, dass ihr da seid. Komm raus, du kleiner Fregel! Micha! Na mein Spatzi! Alles gut? Mein Beachten ist es 9.22 Uhr, normalerweise stehst du hier auf 8.22 Uhr. Die Frauen wieder, die Frauen! Guck mal! Juhu! Hallo! Wer warst du da mitgebracht? Den Devil habe ich dabei! Ach du Scheiße! Du hast mir zugelaufen! Ich war fett! Hallo, mein Schöner! Alles gut? Ja! Bei dir alles gut? Ja, ja! Bist du ruhig? Wieso? Ich bin doch nicht ruhig! So Freunde, damit geht es los mit meinem neuen Video. Let's go! Let's go! Wir sind jetzt los mit dem Video. Und auch mit dem Video. Dann stehe ich euch los mit dem Video. Ja, wir sind die Videos Bei dir ist irgendetwas. Ach, das ist gut. Ja, wir sind die Vorderrechte. Wenn ihr wenige Reine vor seid, was man schmeckt. Oh, ich gucke euch das rein. Ja, das ist schon. Ja, der Waffler ist schon knapp gewesen. Ja, das ist schon. Alter! Scheiße, ich hab gerade ausgemacht. Bagger braucht der noch nicht. Ja, das ist schon. 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 Wunderbar. So ist das auch gut, Atze! Perfekt! Wieso, Atze? Passiert doch nichts! Das glaube ich nicht! Ey, fahr mal den nächsten rein, Atze! Ich fahr mal den! Das Loch ist scheiße! Du musst den übernächsten rein! Wenn du den übernächsten rein fährst, perfekt! Oha! Aber der hat auch nicht so dollen Steine drauf, ne? Nee, den nächsten hat sie! Jawohl! Ja, da so! Jawohl, ja, ja! Pass! Ja! Jawohl! Alter! Da musst du aber schön mitarbeiten mit den beiden! Jawohl! Ja! 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 Fahr mal unten durch die Kappe durch. Da musst du dich gut festhalten. Aber das ging, das ging, aber da wird ja schon schwummerig. Ja, langsam wird es weiter. Ja, langsam wird es weiter. Ja, langsam wird es weiter. Geh, man fühlt sich trotzdem sicher. Also ich muss sagen, das merkst du, dass du dich sicher fühlst, weil das ja Buggy ist. Okay. Jawoll! Alter Scheiße, Junge. Gut. Vorsicht, rechts kommt er. Fahr mal gleich die Trailstrecke nochmal ab. Was? Ja, genau. Jawoll, Junge. Gib mir Training, Alter. Boah, lädt mich am Arsch. Alter. Aber es fühlt sich geil an. Jawoll, Junge. Aber konzentrieren muss dich dran ziehen. Ja, geht aber. Doch, geht gut. Jawoll. 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 Alter Leute, ohne Scheiß, ist trotzdem geil. Ohne Scheiß. Alte Scheiße, Junge. Kopf einziehen, Junge. Jawoll! Durch den Tunnel! Tunnel nehmen wir mit! Alter! Wow! Leggubio, Junge. Jawoll! Ja, Mann, Alter! Wo-o-o-o-o-o! Ja, Mann, Alter! Woh-o-o-o! Woh-o-o! Woh-o-o-o! Alter, Alter! Merge! Oh, gute Pause, Axel. Ich bin jetzt am Kick, so kettig jetzt. Alter, leg mich am Arsch. Alter, 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 Junge. Ja, ich hab's geahnt. Ich bin gerade ganz schön K.O. Ich hab ne weiße Video, Alter. Ich hab's auch Kamera. Ich weiß nicht, ich hab mein Text. Ich muss dich auch festhalten. Ich hätte gerne so einen Spannkontest geholt. Alter, Junge. Ja, fahr mal da durch. Jawohl. Jawohl. Wobei, die Unebenheiten merkst du gar nicht so neu, muss ich sagen. Also, das ist schon angenehm irgendwo. Manchmal muss man sich sehr doll festhalten. Und auch auf jede Unebenheit achten. Und genauso natürlich auch auf kleine Äste und so, die man wegweilen kann. Immer schön. Vorsicht mal, ich hab's nicht mehr. Mach mal. Hühner. Hühner. Ach ja, Alter. Hühner. Okay, 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 okay. Hühner. 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 Einer Wassergraben, enger Wassergraben, aber es ist kaum Wasser drin, ne? Hammer, Hammer! Gut, Antje! Geil, ne? Alter! Alter, ich bin grad fix und fängig, Junge! Ich bin grad fix und fertig, ohne Scheißleitung, meine Hände tut mir weh, aber geil! Antje! Ja? Check! Das war geil, Leute! Geil, Hammer! Noch ein paar abschließende Worte dazu, Antje? Ja! Ich beneide dich! Das glaube ich! Ich möchte auch nochmal hinstehen! Ja? Das ist doch kein der die Caravan da! Ja! Stimmt! Aber Respekt natürlich für den Mut! Hammer! Aber die Hände, die sind jetzt weg! Ja, 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 ja! Du musst dich schon gut festhalten, ne? Aber es geht! Cool! Sag mal, Leute! Das war's davon! Grüße! Ich hab noch was an, was mit dir nicht gesteckt! Echt? Du guckst so geil aus! Ich hab das jetzt bei Insta reingestellt! Ist das okay? Das ist nur Insta! Tja, du musst immer Haut zeigen! Schön! Nein! Das Grip! Verlor! Was hättest du begleitet? Da kannst du einkacken, das hieß du nicht mal! Wir kennen den Arsch, Mann! Arsch, Ressose! Ja!